Was mir übrigens noch auffällt, bei jedem ist so eine Art Krone hier oben und dann noch so ein komisches A. Aber ich glaube, die Buchstaben müssen dorthin, wo ungefähr die Krone ist, denke ich. Oder ich muss mir genau das Bild hier in der Mitte mir genauer anschauen. Und wahrscheinlich ist es auch eine bestimmte Position ausgerichtet. Ne, leider auch nicht. Ich sehe gerade, die sind doch alle nach da ausgerichtet. Bei der Krone, beziehungsweise... Doch, die sieht aus wie eine Krone, oder? Warte mal, der ist da richtig platziert. Bei dieser Krone, oder was es auch immer sein soll. Ah, vielleicht muss ich die tauschen. Also Süden und Norden muss ich wahrscheinlich tauschen. Das werde ich machen. Vielleicht ist es einfach rückwärts. Mann, ich hasse das. Wenn ich nach vorne gehe, schon kreuzdrücke, aber sie rennt weiter. Bei Tomb Raider 1 bis 3, glaube ich, war es nicht so. Da hat sie, glaube ich, gleich angedockt. Deine Ernst. Ja, ja, fast eine halbe Stunde, nur für ein Rätsel. Wobei die ersten ca. 10 Minuten, ja, da war, das Geheimnis zu holen und euch... Ja, voll zu labern. Habe ich mir irgendwie schon gedacht, dass es nicht funktioniert. Dann müssten die vielleicht dort beim A sein. Oder aber, die müssten hier auf diese braunen Kästchen... Nein, ich wollte doch gucken. Ausgerichtet sein. Vielleicht. Was heißt Himmelsrichtung auf Englisch? Muss ich kurz googeln. So, Translate... Händelsrichtung... Direktion... Okay, also entweder Direction oder Quarta. Okay. Gut, das ist Google-Übersetzer. Da weiß man nie, ob das wirklich stimmt oder nicht. Google-Übersetzer kann ja nicht mal einfache Deutschsätze gut auf Englisch übersetzen. Oder andersherum. Mir fällt übrigens gerade hier auf, diese braunen Stellen... ...die zwischen der Krone und A sind. Die bei der Krone sind dunkler und die bei... ...bem A sind heller. Wie ist es hier? Dasselbe. Ich werde aber trotzdem die mal wegschieben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier noch irgendwas zu tun hat. Ah, warte mal. Das sehe ich erst jetzt. Die Karte ist doch anscheinend... Ich glaube, die Buchstaben müssen hier bei den Wänden sein. Ja, ja, wer kennt es bei meinen Let's Play nicht. Ich lasse mir tausend Jahre Zeit. Aber ich kann auch nichts dafür, weil hier ein Rätsel ist. Der auch viel... ...Zeit in Anspruch nimmt. Halt, 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 halt... Aber macht doch wenig Sinn. wenn W hier ist Was ist hier? Ne, eigentlich müssten die doch gegenüber sein Oder die Andernfalls sehe ich erst jetzt, dass die Warte mal, die sind alle anders positioniert Das hat irgendwas mit dem Buchstaben zu tun Okay, ich glaube wenn ich die so ausrichte, dann ist es wahrscheinlich so Oder müssen die überhaupt da drauf sein? Ah, ja doch, genau, die müssen ungefähr bei den braunen Stellen sein Aber die Frage ist jetzt Wo genau? Wahrscheinlich ist es doch schon so richtig Und zwar, das W müsste dann ungefähr Ich wollte gerade mit meinen Fingern da zeigen Aber ihr könnt ja Es ist ja nicht Sinn mit meinem Finger Und zwar Hier, bei dieser braunen Stelle ist wahrscheinlich das W markiert So kann ich das mir vorstellen Genau, da ist das F markiert Aber der ist auch hier oben Einerfalls könnte ja nur Nach dort oben hinkommen Hier Ich habe hier oben Ich habe hier oben Ich habe hier oben Ich schiebe mal Süden mal jetzt bei der freien Lücke hin. Anderfalls könnt ihr euch mir gut vorstellen, dass es so geregelt ist, dass ungefähr diese braunen Stellen, die hier auch da zu sehen sind, müssen glaube ich ungefähr mit den Buchstaben, in Anführungsstrichen, gefüllt werden. Und bei einer Stelle Genau, hier haben wir jetzt Iden, genauso wie Westen. Hier haben wir E, Und da haben wir Norden. Ich glaube, das ist so geregelt. Ich glaube, die Hümmelsrichtung spielt da wenig eine Rolle. Aber die zeigen doch das selber an. Drehen kann man die nicht, oder? Die kann ich nur verschieben. Leider nicht. Ich habe jetzt die verschiedenen Tasten gedrückt. Haben die Wände vielleicht irgendwas miteinander zu tun. Geht's nach oben? Achso, von hier bin ich halt doch... Genau. Oder ist es das hier, wo ich gekommen bin? Vielleicht Norden? Boah, ich hasse das. Südens hier. Da haben wir Westen. Was habe ich übersehen? Da ist ein Mond. Da auch. Okay, das spielt eher weniger eine Rolle. Mann, ist es dein Ernst hier? Och, Handy... 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 Ich würde gerne es hier ordentlich anschauen. Wieso bin ich denn hier schon wieder weit weg? Es ist schon mal aufgefallen, dass das Teilen der Mitte auch eine merkwürdige Dings hat, Muster. Doch leider ist es hier alles normal ausgerichtet. Also es ist da eine normale Position. Also ist das Teilen der Mitte. Warte mal. Also ist das Teilen der Mitte. Die sind immer da markiert. Wo es rund ist. Also nicht da wo die Spitzen sind, sondern da wo es rund ist. Hier ist wieder ein komplett anderes Muster. Okay, also Norden und Süden haben dasselbe Muster und Westen und Osten haben dasselbe Muster. Ist hier die Treppe? Sieht so aus, wa? Vielleicht ist es hier, da wo die Treppe ist, vielleicht Norden. Doch leider hat man nirgends einen anderen Hinweis. Oder habe ich doch irgendetwas übersehen? Lara bitte nicht irgendwo gegenlaufen. Du weißt, die Fackel ist nur ganz kurz an. Wie die Fackel einfach so wup! Wie die Fackel einfach so wup! Seit wann habe ich so wenig Lebenspunkte? Das war's. Ich hab mich verklickt. Blaira, ist das dein Ernst? Das war's. Kann man überhaupt hier klettern? Ne, sah so aus. Ich hab irgendwie noch das Gefühl, dass hier irgendwo noch ein Geheimnis ist. Also hier gibt's drei Sachen, wo man durchgehen kann. Und ich glaube, eins führt mich nach draußen oder führt mich weiter. Und bei einem ist es wahrscheinlich ein Geheimnis. Und beim dritten kann ich mir vielleicht auch noch vorstellen, dass da entweder ein Geheimnis ist. Oder Gegner. Aber ich werde hier gerade nicht schlau mit diesem Rätsel hier. Ähm, wo waren die Treppen? Ich glaub, die waren da. Ja, weil das... Nein, hier waren die nicht. Ups. Hier sind die Treppen. Dann werde ich eben hier jetzt Norden hinschieben. Und dann... 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 Alternativ kann ich mir noch gut vorstellen Dass sie wahrscheinlich nicht da drauf sein müssen Dann vielleicht kurz davor oder so Aber das bezweifle ich eher weniger Es ist mir zu auffällig, dass die Nicht da drauf Also nicht da drauf sollen Was haben wir hier? Hier haben wir EI Hier haben wir Westen Süden ist gleich dort, wa? Ja Du musst doch kurz mit deinem Rücken kratzen Äh 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 Hä? Achso, ja. Jetzt bin ich bescheuert. Hier Süden, gut. Dann kommst du doch dorthin. Ich bekomme jetzt keine Lust mehr auf dieses Rätsel. Eine Karte oder so habe ich nicht, oder? Nein. Nein. Nicht? Nein. 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 Warum nicht? Nein. Statt einfach ein Rätsel zu machen, schlag doch einfach das alles ein. Nein. 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 Der zeigt da unten an. Der zeigt mehr dort an. Der zeigt dort an. Und Norden eher dort. Aber ich hatte ja schon die Buchstaben so alle ausgerichtet. Na nur denn, ich komme jetzt hier nicht weiter. Ich nehme jetzt schon fast 50 Minuten auf. Und zwei Folgen lang nur um dieses betrackte Rätsel zu lösen ist auch ein bisschen, denke ich mal, zu viel. Ähm, ich denke mal, ich mache vielleicht hier einen Cut und werde dann nochmal aufnehmen für die Lösung. Ich werde wirklich nachschauen, wie die Lösung ist. Oder wir sehen uns dann im nächsten Video. Falls wir im nächsten Video uns wiedersehen sollten, dann bedanke ich mich, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Und tut mir leid, auch wenn es sehr zu lange gedauert hat. Aber manchmal dauern eben Rätsel länger. Und ich habe jetzt auch keine Lust, jetzt wirklich da noch länger herum zu rätseln. Daher, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!